Viele alte Dinge kommen wieder zurück und sind dann in. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem Stolz, Moral, Respekt und Intelligenz wieder im Trend sind. Die Hoffnung auf Besserung stirbt zuletzt. Die Krankenkassen stellen Zuzahlungen für Zahnersatz ein. Begründung? Wenn deutsche Mitbürger kein Geld mehr für Heizkosten haben, brauchen sie auch keine Zähne zum Klappern. Finde den Fehler? Das menschliche Gehirn ist schon beeindruckend. Es arbeitet 24 Stunden am Tag und das 365 Tage im Jahr und das von Geburt an bis zu dem Tag, an dem man die Grünen wählt. Krieg ist, wenn deine Regierung dir sagt, wer der Feind ist. Revolution ist, wenn du es selbst herausfindest. Wenn ein Esel in einen Palast geht, wird er kein König, sondern der Palast wird zum Stall. Finde den Fehler? Politiker sind wie Tauben. Wenn sie unten sind, fressen sie den Bürgern aus der Hand. Sind sie oben, scheißen sie auf das Volk. Finde den Fehler.